Hallo, zurück bei Second Son. Hm, um sich in die Luft zu schleudern, vor allem. So, wo ist denn das jetzt, äh... Okay, das muss weiter geradeaus und dann links. Cool! Woah! Ja, mach doch was! Oh, ja, ich denke an etwas und erschaffe es! Und kann ich jetzt hier auch steigen? Ganz wichtig! Ja, ich bin sicher. Ich hab noch nicht mehr gesehen, die Mercy-Locke und auch mehr. Aber doch nie. So, ihr müsst nur eine Scherbe sein, genau. Oh, wo kommen denn das schon wieder her? Mann! Hallo? Das ist ja nicht. Halt, Video entziehen. Wo kommt's her? Wo bin ich jetzt? Hallo? Wo ist das Ziel? Ach, hier. Ähm, okay, dann nach rechts. Oh, Mann. Immer diese Mistfliegen. Mann. Hier ist es. Schrei. Oh, der ist ja nicht hin. Hier ist ja nicht hin. Oh, ich höre. Da ist ja nicht hin. Ja, naja. Die mich nicht hin zu entdecken. Ich muss sie mitите. Ich höre. Okay. Hier ist es ein Wachst. Ich bin nicht hin. Gut, diesmal ein paar Flügelmänner dabei zu haben. Mal sehen. Ich kann unsichtbar werden, zustechen und wegrennen. Nicht gerade die beste Flugabwehrstrategie. Hallo? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Cool. So ein bisschen wie Spider-Man. Ich will nicht undankbar sein, aber schickst du mir das nächste Mal bitte etwas weniger feige Dämonen? Ich dachte, die sollten dich nur warnen. Alter! Solche halben Sachen kannst du nicht bringen. Wir Conduits müssen uns umeinander kümmern. Okay. Nächstes Mal. Versprochen. Hab noch eins gefunden. Gut. Das ist nicht weit weg. Danke. Dann kann ich jetzt nicht mehr schießen. Oh Mann ey. Hallo? Das geht endlich natürlich nicht mehr. Ich fach das nicht. Ich fühl mich. Ich fühl mich. Nee, ich fach das nicht. Ich fach das nicht. Ich fach das nicht. Sie müssen uns jetzt. Das ist nicht mehr schreit. Ich fach das nicht mehr. Ich fach das nicht mehr. Ich fach das nicht mehr. Toll. Hallo, würdest du mal bitte zuschlagen? Oh, das ist doch nicht zu fassen. Also ich muss gerade ehrlich sagen, ich finde das ziemlich ätzend, dass ich mit R1 und R2 irgendwie nichts schießen kann. Also das stört mich gerade wirklich sehr. Ach, nee. Jetzt komme ich da nicht hoch. Hallo? Ich will irgendwas machen. Oh, ich will mich gerade wirklich sehr, sehr zusammenreißen. Hallo, ich drücke doch. Warum macht er es denn nicht? Ich habe L1 gedrückt. L1 ist meiner Meinung nach unsichtbar. Warum macht er es denn bitte nicht? Meine Fresse, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Es regt mich schon wieder auf. Es regt mich auf. Wir sehen ihn. Ich rieche mich jetzt. Das war schon mal. Ich rieche mich. Ich rieche mich. Wir sehen uns nicht. Ich rieche mich an. Ich rieche mich an. Und ich dachte schon, es kann nicht noch besser werden. Er ist beim Kontrollpunkt. Ich sehe die Zielperson nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das zerstören kann. Ich weiß nicht, wie ich das zerstören kann. Hier, wie denn? Du greifst nicht. Da ganz oben, oder was? So hier kann ich irgendwie nichts erreichen. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Das geht nicht. Jetzt lasse ich doch nur einfach runter. Oh mein, es ist... Wenn ich mal irgendwas will, dann macht er es nicht. Aber irgendwie, wenn ich R1 drücke oder so, er macht irgendwie gar nichts. Spanne. Ich muss sagen, mich stört das gerade ziemlich. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache, aber... Ich kann das gerade gar nichts zerstören. Was ich früher bei Neon oder Rauch mit R1 und R2 machen konnte, kann ich überhaupt nicht machen. Das geht nicht. Ich kann nichts machen. Ach so ein Mist, ey. Ich komme nicht hoch. Tut mir leid, ich komme nicht hoch. Ja, guckt euch das doch mal bitte an. Ich kann doch nicht mal schießen. Was ist denn das? Oh, Leute. Es regt mich gerade ziemlich auf. Wirklich. Das kann doch nicht wahr sein. Also wenn das weitergeht, dann schalte ich auf Neon zurück, weil da habe ich echt die Schnauze voll. Muss ich wirklich sagen. Da könnte man so, so schön mit R1 und L1 schießen, dann haben wir ihn jetzt irgendwie... Also... Ey, das geht gar nicht. Ich kann ja irgendwie gar nichts machen. Jetzt schon wieder? Okay, das kann er anscheinend nicht entziehen. Oh, hey. Delson, ein Haufen DOPs ist auf dem Weg zu deinem Ziel. Aber keine Angst, was braucht das Hilfe auf dich? Gut zu wissen, dass deine Jungs diesmal Eier in der Hose haben. Die sollen mitbringen, was sie haben. Ich brauche hier Hilfe. U.S.A., 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 U.S.A. Ja, das war so klar. So, die sind alle. Vielleicht muss ich einfach erst mal klarkommen, mit der Kraft fertig zu werden. Bevor ich mich aufrege. Ja, vorwärts, Freak-Team! Okay, ich meine, juhu und so, aber ich hab schlechte Neuigkeiten. Ich hab noch ein Kern-Relay in den. Und wieso ist das schlecht? In dem Gebiet wimmelt es von DOPs. Aber vielleicht hast du ja schon genug Kräfte. Ich meine, warum etwas riskieren, ohne zu wissen, was dabei rauspringt? Hey, hey, hey. Komm mir jetzt nicht so, okay? Wenn wir es wollen, gibt es nichts, was ein paar coole Conduits und eine Armee von Engeln und Dämonen nicht schaffen könnten. Meinst du, dass er ist mit dem Kugel? Ich rufe an, wenn ich da bin. Okay, und ich sag Bescheid, wenn ich da bin, beziehungsweise wir werden zusammen da sein im nächsten Part. Also, bis dahin, tschüss!